In diesem Video geht es um Typumwandlung. Das ist der deutsche Begriff. Ganz häufig hört man auch den englischen Begriff Typecasting oder einfach nur Casting. So, worum geht es dabei? Nehmen wir mal als Eingangsbeispiel diese einfache mathematische Operation. Und dabei ist es egal, ob es sich jetzt hier um das Plus, Minus, Mal oder das Geteilt handelt. Das Entscheidende bei dieser Operation ist, dass die beiden Operanten, also die beiden Werte, die links und rechts von der Operation stehen, den gleichen Datentyp haben. Nur dann, wenn beide Operanten den gleichen Datentyp haben, kann diese Operation dann ausgewertet werden. Ganz häufig ist das aber nicht der Fall. Ganz häufig verarbeitet man ein Float mit einem Integer, ein Short mit einem Double, was auch immer. Und dann trifft das hier gerade nicht zu. Was dann passieren muss, ist eine Typumwandlung, damit also beide Operanten auf der linken und der rechten Seite des Operators wieder den gleichen Datentyp haben. Und das passiert ganz häufig durch eine implizite Typumwandlung. Also eine Typumwandlung, die der Compiler selber vornimmt, um die wir uns also nicht kümmern müssen. Und dabei wird in aller Regel der kleinere Datentyp in den größeren Datentypen umgewandelt. Schauen wir uns das mal an einem Beispiel an. Hier habe ich ein kleines Programm vorbereitet, in dem also zunächst einmal verschiedene Variablen deklariert werden. Ein Integer ob 1 mit dem Wert 130, ein Character ob 2 mit dem Wert 10 und dann noch eine Integer-Variable, in der ich das Ergebnis speicher mit dem Namen erg. In Zeile 9 wird also die Operation ausgeführt und das Ergebnis wird dann in Zeile 10 dargestellt. Und hier sehen wir die Ausgabe in der Konsole und stellen fest, dass hier eben überhaupt kein Problem vorliegt. Es ist also das korrekte Ergebnis berechnet worden. Das sieht alles einfach aus. Für die Berechnung wird allerdings der Character, also der Wert 10, zunächst einmal in den Datentyp Integer konvertiert. Dann wird die Operation ausgeführt und das Ergebnis wird dann in die Integer-Variable gespeichert. Das Ganze geht natürlich nicht nur mit ganzzahligen Datentypen, sondern zum Beispiel auch in der Kombination mit Integer und Float. So, hier habe ich jetzt also den Datentyp von ob 2 auf Float geändert und entsprechend die Ergebnis-Variable auch auf Float. Und hier sehen wir eine ähnliche Ausgabe. Es wird also zunächst einmal eine Addition von 130 plus 10,12 ausgeführt und dabei wird diesmal der Integer in ein Float konvertiert. Dann wird die Addition ausgeführt und das Ergebnis wird dann wieder in eine Float-Variable gespeichert. Bei den gerade dargestellten Beispielen habe ich immer darauf geachtet, dass bei der Zuweisung das Ergebnis der Operation, diese Ergebnis-Variable, das Ergebnis eben auch aufnehmen kann. Es kann aber auch sein, dass die Ergebnis-Variable nochmal ein anderer Datentyp ist, als die Datentypen von Operant 1 und Operant 2. Und dann kann es tatsächlich bei dieser Zuweisung zu Problemen kommen. Und das will ich jetzt nochmal zeigen. Dazu habe ich das Beispiel von gerade hier nochmal etwas modifiziert. Die Ergebnis-Variable ist jetzt also vom Datentyp long-long und Operant 1 und Operant 2 sind Integer bzw. Character. In Zeile 9 wird wieder die Addition von Operant 1 und Operant 2 ausgeführt und in der Ergebnis-Variable gespeichert und dann in Zeile 10 ausgegeben. Und in der Konsole sehen wir wieder, dass die Operation richtig ausgeführt wurde und es eigentlich kein Problem gibt. Dennoch weist uns die Entwicklungsumgebung auf ein mögliches Problem hin. Hier steht nämlich, wenn man mit dem Cursor auf diese grün gestrichelte Linie geht, dass ein arithmetischer Überlauf passieren kann. Und wenn man die Operation Plus für einen 4-Byte-Wert verwendet will und das Ergebnis dann in einen 8-Byte-Wert umwandeln und speichern möchte, dann solle man doch vor der Plus-Operation die Operanten in den etwas längeren Datentypen umwandeln. Was diese Warnung bedeutet, will ich aber hier erklären. Statt der 130 weisen wir jetzt OP1 den Wert IntMax zu, also den maximalen Wert, den ein Integer haben kann. Und in der Operation addieren wir jetzt zu diesem Wert nochmal 10 hinzu. Das dürfte ja eigentlich kein Problem sein, weil die Ergebnisvariable vom Typ long-long ist und damit ja Werte aufnehmen kann, die deutlich größer sind als der maximale Wert eines Integers. Und hier in der Konsole sehen wir dann die Auswirkung eines solchen möglichen Fehlers, also eines Überlaufs, der gerade eben in dieser Warnung beschrieben wurde. Das Ergebnis ist nämlich völlig anders als das, was man erwarten würde. Wir haben hier einen negativen Wert. Der Grund liegt jetzt darin, dass also bei der Operation zunächst einmal der Character wieder nur in einen Integer umgewandelt wird. Dann wird die Operation ausgeführt, also eine Integer-Addition sozusagen wird hier ausgeführt. Und bei dieser Operation passt dann tatsächlich das Ergebnis nicht mehr in einen normalen Integer. Das Ergebnis wird dann einem long-long zugewiesen, aber das Ergebnis ist da schon falsch. So eine implizite Typumwandlung hilft also bei diesem Problem nicht weiter. Damit man also hier das richtige Ergebnis jetzt doch berechnet, muss man also diese Typumwandlung selber vornehmen. Und dann spricht man von einer expliziten Typumwandlung oder explizites Typecasting. Und dazu muss man also selber einen der beiden Datentypen verändern, und zwar in den Datentypen long-long, damit hier auch das Ergebnis korrekt gespeichert werden kann. Der Cast-Operator, das sind einfach zwei runde Klammern, in die man dann den Datentyp schreibt, in die die jeweilige Variable, vor die man das schreibt, umgewandelt werden soll. Also hier in dem Beispiel soll die Variable op1 vom Integer in den Datentyp long-long umgewandelt werden. Dann soll die Operation ausgeführt werden, und dabei wird wieder implizit hier op2 in den größeren Datentypen konvertiert, und das ist hier der long-long. Die Operation wird dann als long-long Addition ausgeführt. Dabei sollte es dann kein Problem geben, und das Ergebnis wird dann der Variable in erg zugewiesen. Und hier sehen wir dann, dass die Berechnung korrekt durchgeführt wurde. Wichtig ist jetzt hier noch zu erwähnen, dass diese Typumwandlung nicht dauerhaft gültig ist, sondern nur in der Anweisung, in der sie tatsächlich auch steht. Also ab der Zeile 10 ist die Variable op1 wieder ein ganz normaler Integer, so wie sie in Zeile 5 deklariert wurde, und eben kein long-long. So, jetzt will ich noch ein zweites Beispiel liefern, bei dem eine explizite Typumwandlung wichtig ist, und das ist bei der sogenannten Integer-Division. So, ich habe also die beiden Operanten in einen Integer umgewandelt hier, und jetzt möchte ich hier die Division dieser beiden Operanten durchführen, und das Ergebnis in einer Float-Variablen speichern. Ganz offensichtlich ist das Ergebnis dieser Division eben kein ganzzahliger Wert mehr, sondern ein Wert mit Nachkommeanteil, der also in einer Float-Variablen gespeichert werden soll. Hier sehen wir in der Konsole das Ergebnis dieser Berechnung, und was wir hier sehen, ist, dass der Nachkommeanteil verworfen wird. Das liegt jetzt daran, dass diese Division eine Integer-Division ist, das heißt, bei dem Ergebnis dieser Division wird nur der ganzzahlige Anteil gespeichert. Und damit ist jetzt in dem Fall hier das Ergebnis aber falsch. Wenn wir mathematisch korrekt diese Division durchführen wollen, dann müssen wir hier explizit einen der beiden Operanten eben zu einem Float machen. Das machen wir wieder unter Verwendung des Cast-Operators. In dem Fall hier soll jetzt die Variable ob1 als Float-Variable behandelt werden. Float ist gegenüber Integer hier die größere Variable, das heißt, ob2 wird dann bei dieser Division auch in einen Float umgerechnet oder konvertiert. Dann wird die Division als Float-Division durchgeführt und das Ergebnis dann in Erg gespeichert. Und hier sehen wir jetzt die Ausgabe in der Konsole. In dem Fall ist jetzt die Division also korrekt ausgeführt worden, weil eben vorher ein explizites Typecasting stattgefunden hat. Und hier sehen wir. Vielen Dank.